Was machen wir jetzt? Ja, ich dachte, also, wir haben vor zehn Monaten angefangen. Jetzt ist es schon zehn Monate. Es ist schon zehn Monate, ja. Im Februar haben wir angefangen. Alter. Und zehn Monate, im Februar angefangen. Also im Monat zwei plus zehn Monate macht Monat. Zehn. Zwölf. Zwölf. Ja. Elf. Zwölf. Zwölf. Ja. Und das heißt? Ach! Ist schon wieder Weihnachten? Ja, ist schon wieder Weihnachten. Alter! Ja. Das ging ja rum wie... Das ging rum wie nichts. Ja. Ja. Krass. Und diese Gelegenheit, dachte ich, nehmen wir zum Anlass. Für was? Um uns einmal zu bedanken. Danke. Danke. Für die fast zehn Millionen Follower. Ja. Ja. Wenn ich es könnte, würde ich mich bei jedem Einzelnen bedanken. Ja, dauert ein bisschen, aber... Kannst nicht. Kann ich leider auch nicht. Aber fühlt euch wirklich allen gedankt. Die Zeit haben wir auch nicht. Die Zeit haben wir auch nicht, weil jetzt ist bald... In wenigen Stunden sitzen die normalen Familien unterm Weihnachtsbaum. Es kommt nämlich, glaube ich, glaube ich, auch der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann kommt auch. Und besonders wollen wir auch denjenigen danken, die heute nicht unter dem Baum sitzen können, weil sie arbeiten müssen. Genau. Respekt und vielen Dank an euch da draußen, die heute arbeiten müssen. Aber wir haben ja auch gearbeitet heute. Richtig, wir arbeiten auch. Wir müssen ja das Video machen. Wir müssen das Video machen. Und dann müssen wir es noch schneiden. Und hochladen. Und das innerhalb von anderthalb Stunden. Ja. Und dann klicken wir immer alle fünf Minuten, ob sich was Neues ergeben hat. Und wie viele Leute jetzt das Video geguckt haben und so. Ja. Ihr kennt es wahrscheinlich. Ich gebe es dem Weihnachtsmaß. Ich sage hier, mach mal. Ja. Wenn du schon mal hier bist, weißt du, und meinen Glühwein wegtrinkst, kannst du auch mal eben klicken. Ja. Ist auch eine gute Idee. Ja. Aber eigentlich, lass uns doch mal anstoßen. Ja. Auf den 24.12. Prost. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Bis nächstes Jahr. Ein halter Frische. Machen wir nichts mehr? Doch. Und uns gibt es weiter dann ein halter Frische. Es kommt nochmal. Ja. Alles weitere. Keine Angst. Hm? Es war kein Abschied. Mhm. Es wird nur besser. Genau. Und leise pieselt das Regen. Mit diesen Worten. Tschüss. Tschüss. Frohe Weihnachten. Meine Lieben. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020